Los! Goal! Da heht man die Tote. 9, 8, 4, 8, 6, 4, 25 Punkte. Boah. Ja, krass. Als nächstes geht an den Start der Daniel aus Dusselingen. Jawoll! Dusselinger, die Macht. Dusselinger, die Macht macht Kaffee. Macht Wäsche. 8, 7, 7, 8, 9, 10, 20. 20 Punkte. Und jetzt, ladies and gentlemen, ist es so weit. Ohne Applaus kann dieser Mann nicht zu Wasser gehen. Er trägt den Titel Mr. Arschbombe-Kirch. Können wir noch einen Applaus haben für die? Prümer Applaus. Und ich sage auch, in deiner Richtung, auf die Plätze, Arschbombe, und los! Prümer Applaus. Sehr geehrte Räschbombe. Hallo Herr Scherber-Kirch. Und ein Simani, der Elektronik. Ob das Bräuch ausgeschnallen nach nächsten 21 Punkte, oder? Ui, 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 lieber Björn, lieber Björn, ja, aus Freundschaften werden Feindschaften, da hat er noch den Joe mit ins Boot geholt und Joe hat das Rennen gemacht. So, jetzt schauen wir. Wir haben einmal den Joe mit 25 Punkten, dann haben wir den Daniel mit 20 und den Björn mit 23 Punkten. Damit steht im Grunde genommen fest, wer unseren Pokal bekommt. Sehe ich das richtig, mein Bild? Ja, sag ich aber jetzt noch nicht, ja, du musst um deine Titel kämpfen. Und man kann sich da auf der Folgen nicht ausprobieren, ja, dass du das von euch hoffentlich gelernt hast. So, jetzt brauchen wir unsere drei besten U16. Das waren immer der Johannes, der kam...